Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 2. Juli. Gnadenhof bietet Rettung von Limburger Stadttauben an, neue TikTok-Challenge mit scharfen Instant-Nudeln und Fans wollen Ronaldo sehen, Andrang vor Teamhotel. Das und mehr heute im Podcast. Seit Monaten schlägt die geplante Tötung der Limburger Stadttauben hohe Wellen. Jetzt tut sich für einen Teil der Tiere überraschend eine Alternative auf. Die Tierschutzgemeinschaft Gut Eiderbichel will 200 Limburger Tauben auf einem ihrer Lebenshöfe unterbringen. Das teilte die Stadt Limburg gestern mit. Die Tierschutzrettung Gut Eiderbichel hat ihren Sitz in Salzburg und hat über das mediale Echo von dem geplanten Vorhaben in Limburg erfahren. Sie habe der Stadt nun angeboten, 200 Tauben aus Limburg abzuholen und an einem Standort nahe der tschechischen Grenze aufzunehmen und zu beherbergen. Aufgabe der Stadt werde es sein, die Tauben zu fangen und sie bis zum Abtransport, der in zwei oder drei Fahrten vorgenommen werden soll, tierschutzgerecht zu beherbergen. Limburgs Bürgermeister Marius Hahn teilte dazu mit, Wir werden dieses Angebot als ein gegenüber der Tötung deutlich milderes Mittel gerne annehmen und ich bin der Tierschutzgemeinschaft Gut Eiderbichel mit Sitz in Salzburg sehr dankbar, dass es uns diese Möglichkeit eröffnet. Durch eine Baustellenunfall ist die Marienkapelle in Bad Kammberg-Erbach beschädigt worden. Neben der Kapelle lässt Architekt Frank Cresselius derzeit für rund 6,5 Millionen Euro zwei, zwei Mehrfamilienhäuser errichten. Das Richtfest war vor wenigen Tagen. Wie der Architekt berichtet, sollten nun die Fenster eingebaut werden. Beim Aufbau des Krans sei dann aber am Samstag ein Hydraulikschlauch geplatzt. Dadurch sei der Ausleger nach unten gesackt. Und unglücklicherweise sei genau die Kapelle getroffen worden. Glücklicherweise war niemand darin und auch der Marienstatue ist nichts geschehen. Noch am Samstagmittag setzte sich der Architekt mit dem Erbacher Ortsvorsteher Christian Sell in Verbindung. Auf dem kurzen Dienstweg klärten sie das weitere Vorgehen ab. Die Baufirma nahm erste Absicherungen vor. Wegen der Sturmwarnung wurde noch eine Plane über die Beschädigungen gezogen. Nun hoffen die Beteiligten, dass die Versicherung einspringt und der Schaden wieder in Ordnung gebracht wird. Wegen des Hochwassers steht uns in diesem Jahr eine Stechmückenplage bevor. Das führt dazu, dass einige Mückenschutzsprays schon knapp werden. Die Sprecherin des Landesapothekerverbands Rheinland-Pfalz sagt, bei uns in Worms waren Mückensprays am Samstagmorgen bereits komplett ausverkauft. Aktuell seien Autan, Nobeit und Antibrum nicht lieferbar. Alternativ könnten Mittel auf pflanzlicher Basis verwendet werden. Laut der Landesapothekerkammer Hessen gibt es hier hingegen noch keine Probleme mit Mückenschutz. Die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage Kaps teilt mit, dass in den nächsten Wochen aufgrund der Hochwassersituation mit einer erhöhten Belästigung durch Auwaldstechmücken zu rechnen sei. Aus den Auwäldern und aktuell gefluteten Flächen würden sich die sehr wanderfreudigen Stechmücken stetig ausbreiten. Nach der Hotchip-Challenge kursieren im Internet nun Mutproben mit besonders scharfen Instant-Nudeln. Dänemark hat die Nudeln beides aus dem Verkehr gezogen, weil sie zu scharf sind. Auch Hessen prüft derzeit wegen des Gesundheitsrisikos ein Verbot, während Rheinland-Pfalz noch zurückhaltend ist. Das Umweltministerium erklärt, bisher liegen keine konkreten Beanstandungen oder ausreichende Informationen zu diesem Produkt vor, um lebensmittelrechtliche Maßnahmen ergreifen zu können. Daher fehlt bislang eine Rechtsgrundlage, um ein generelles Verkaufsverbot für dieses Produkt zu erlassen. Zuallererst sei aber grundsätzlich immer der Nahrungsmittelhersteller in der Verpflichtung, nur sichere Lebensmittel auf den Markt zu bringen. Seit Monaten vergleichen Jugendliche und junge Erwachsene auf der Suche nach Aufmerksamkeit auf sozialen Plattformen ihre Resistenz gegen Capsaicin, den Stoff aus Chilischoten. Sie fangen dann an zu weinen, zu schreien oder übergeben sich gelegentlich sogar. Und zum Schluss ein Blick nach Frankfurt. Vor dem portugiesischen Teamhotel, dem Radisson Blue, warteten auch am Montagnachmittag hunderte Fans, um ihr Idol Cristiano Ronaldo 39 zu sehen. Angereist war die Mannschaft bereits am Sonntag unter dem Gejubel vieler Fans, die sahen, wie die Mannschaft vom Bus ins Hotel ging. Der Hoteleingang wurde mit Absperrgittern gesichert und auch die Polizei sorgte dafür, dass keine Unbefugten das Hotel betraten. Doch das hielt die Fans nicht davon ab, auch am Montag mehrere Stunden zu warten, um einen Blick auf CR7 und die Mannschaft zu erhaschen. Doch abgesehen von einem kurzen Moment, in dem die Spieler unter Jubel am Abend den Mannschaftsbus bestiegen, mussten die Fans vertröstet werden. Zum Einsatz hingegen kamen Feuerwehr, Notarzt und Rettungsdienste. Laut ersten Informationen mussten auch einige Fans behandelt und eine Person vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Ebenso wurde Trinkwasser von der Feuerwehr an die Wartenden verteilt. Am Montagabend hat die Mannschaft um Cristiano Ronaldo im Achtelfinale in der Frankfurter Arena gegen Slowenien 3-0 gewonnen und damit das Viertelfinale erreicht. Es wird das letzte Spiel in Frankfurt während dieser EM sein. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.mittelhessen.de Gude Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de .